Tulpengold von Eva Völler Es liest Stefan Benson Alles ist nicht Gold, was gleist, wie man oft euch unterweist, manchen in Gefahr es reist, was mein äußerer Schein verheißt. William Shakespeare, der Kaufmann von Venedig Diesem Mann kann niemand mehr helfen, sagte der Medikus. Ein Raunen erhob sich unter den Zuschauern, die sich am Fundort der Leiche versammelt hatten, einem Fischmarkt im Zentrum von Amsterdam. War der Fisch an seinem Tod schuld, Dr. Barthelmys? fragte der Polizeihauptmann, der neben ihm stand und den Toten mit amtlichem Interesse musterte. Ist er vielleicht an einem Bissen erstickt? Dazu bedürfte es nähere Untersuchung, auch wenn es nicht ausgeschlossen ist, erklärte Dr. Barthelmys. Bis jetzt steht nur eines fest, und das ist der Exitus. Der Fischhändler wandte sich ab und betrachtete den Toten vor seinem Stand. Normalerweise hätte man kein Aufhebens um einen solchen Fall gemacht, schließlich starben jeden Tag Leute. Allerdings konnte er sich an keinen Fall erinnern, bei dem jemand mitten auf dem Fischmarkt einfach tot umgefallen war. Bedeutsam war dabei wohl auch, dass es sich bei dem Dahingeschiedenen nicht um einen armen Schlucker handelte. Für so einen hätte man gewiss nicht eigens den Polizeihauptmann und den Medikus hergeholt, sondern um jemanden von Rang und Namen. Das sah man schon an der Kleidung. Der Tote trug einen Umhang aus schwerem, wertvollem Tuch und teure Lederstiefel. Und an seinem Gürtel hing eine dicke Börse, auf die sich viele begehrliche Blicke richteten, einschließlich die des Fischhändlers. Aufschreie der Umstehenden ließen ihn zusammenzucken. Der Polizeihauptmann hatte den Toten vom Rücken auf die Seite gedreht. Wollte er etwa jetzt schon die Börse verschwinden lassen? und dadurch unabsichtlich dafür gesorgt, dass dem Mann der Fischbissen aus dem Mund rutschte, gefolgt von weißlichem Erbrochenen. Damit hat sich eine genauere Untersuchung wohl erübrigt, sagte der Medikus. Dieser Mann wurde zweifellos Opfer einer Vergiftung. Der daraufhin einsetzende Aufruhr war beträchtlich. Der Fischhändler stimmte ein empörtes Geschrei an, als der Polizeihauptmann ihn von zwei Bütteln ergreifen und fortschleppen ließ. Den Einwand von Dr. Barthelmys, dass es keineswegs zwingend am Fisch gelegen haben müsse, hörte kaum noch jemand. Komm, Peter, sagte Joost Herdrens zu seinem Patensohn. Wir müssen weiter. Ich würde gern wissen, woran der Medikus sah, dass der Mann an Gift starb. Er sah es gewiss an dem, was der Tote ausgespien hat. Oder genauer, was ihm aus dem Mund fiel, verbesserte Joost Herdrens sich. Wahrscheinlich war der Fisch schlecht. Verdorbener Fisch ist giftig, das weiß jeder. Daran ist schon so manch einer gestorben. Nur widerwillig ließ sich der Junge vom Schauplatz des Geschehens fortziehen. Der Medikus sagte aber, es müsse nicht am Fisch gelegen haben. Der Mann ist tot, gleich viel aus welchen Gründen möge er in Frieden ruhen. Ich würde gern wissen, woran er starb. Du willst vieles wissen. Doch nicht alles trägt zu deiner Bildung bei, versetzte Joost, dem es immer schwerer fiel, Geduld zu bewahren. Schließlich willst du ja kein Medikus werden, sondern Maler. Erneut korrigierte Joost sich. Dein Vater wollte es, und es obliegt mir als deinem Vormund, seinen letzten Willen zu vollziehen. Als Pate von Martens einzigem Sohn nahm Joost seine Aufgabe ernst, und auch wenn er die damit verbundenen Beschwernisse und Umstände manchmal verfluchte, würde er getreulich alle nur erdenklichen Widrigkeiten auf sich nehmen, um Martens letzten Willen zu erfüllen und Peter bei dem gewünschten Lehrmeister unterzubringen. Bis jetzt entwickelte sich alles hoffnungsvoll. Die im Vorfeld geführte Korrespondenz war aussichtsreich verlaufen. Im Falle etwaiger verbleibender Unklarheiten hatte Joost Hertrens eine Menge schlagkräftiger Argumente zur Verfügung. Routinemäßig tastete er nach der schweren Geldkatze unter seinem Wams. Peters neuer Lehrherr würde keinen Grund zur Klage haben. Sie spazierten an einer Gracht vorbei, die von vornehmen Häusern gesäumt war. Weit konnte es nicht mehr sein. Ihr Ziel musste sich ganz in der Nähe befinden. Zumindest hatten sie bereits das richtige Viertel erreicht. Joost wandte sich an eine junge Frau, unter deren Aufsicht zwei Knechte Fässer zu einer Schenke rollten. »Me Frau, könnt ihr mir sagen, wo ich die neue Dohlenstraat finde? Sie müsste ganz in der Nähe sein.« Die Frau lächelte und für einen Moment kam es Joost Hertrens so vor, als sei die Sonne aufgegangen. »Gleich um die Ecke und schon seid ihr da.« »Habt Dank, me Frau.« Anschließend war das Haus von Rembrandt van Rijn schnell gefunden. Ein Schild an der Backsteinfassade, beschriftet mit dem Namen des Meisters, wies es als Kunsthandlung und Maleratelier aus. Mit einem Seufzer betätigte Joost den Türklopfer. Nach einer Weile wurde ihnen von einer Markt mittleren Alters geöffnet. Joost begrüßte sie freundlich und stellte sich vor. »Mein Name ist Joost Hertrens und das ist mein Mündel Peter, der in diesem Hause Lehrling werden soll. Wir sind für heute angekündigt.« Die Markt nickte nur mit verdrießlicher Miene und ließ sie vor der Tür stehen, während sie im hinteren Teil des Hauses verschwand, wo sie leise mit jemandem sprach. Kurz darauf erschien eine jüngere Frau mit einem hübschen, lebhaften Gesicht. »Mein Mann ist leider gerade außer Haus, aber er kommt in Kürze zurück. Ihr könnt gern so lange mit mir in der Stube warten.« Dankbar ließ Joost sich auf einem gepolsterten Stuhl vor dem Kamin nieder. Peter musste mit einem Schemel in der Ecke Vorlieb nehmen, aber daran würde er sich gewöhnen müssen. Als Lehrjunge konnte er keinen Luxus erwarten. Die junge Hausfrau klingelte nach der Markt und befahl ihr, dem Besuch Wein zu servieren. Auch dafür war Joost dankbar, obwohl der Wein stark verdünnt und sauer war. Die Gattin des Malers hatte es sich in einem Lehnstuhl bequem gemacht und beugte sich über eine Stickarbeit. »Ihr kommt aus Leiden, wie ich hörte?« »Mein Mündel Peter kommt von dort. Ich selbst lebe in Seeland. Drei- bis viermal im Jahr komme ich nach Amsterdam, der Geschäfte wegen. Ich unterhalte hier ein Kontor, doch den täglichen Handel hat mein Verwalter unter sich. Ich schaue nur gelegentlich nach dem Rechten und kümmere mich um größere Aufträge. »Womit handelt ihr, Menea?« »Mit vielem, aber hauptsächlich mit Effekten.« Als er den verständnislosen Blick der jungen Frau bemerkte, fügte er erklärend hinzu, »dabei geht es um Anteile an Handelsgütern, meist Schiffsladungen. Genau genommen kaufe und verkaufe ich Waren, die mit den großen Frachtern nach Holland kommen. Oh, ihr seid ein Händler der Ostindien-Kompanie.« Das Interesse der jungen Frau an Joost stieg merklich. »Das hatte mein Mann gar nicht erwähnt. Er sprach nur davon, dass ihr ihn um eine Ausbildung für euren Patensohn ersucht habt.« Sie warf einen Blick auf den Jungen. »Du bist Peter, nicht wahr?« »Ja«, sagte Peter. »In den Briefen stand, dass du bald 18 wirst. Die meisten Schüler meines Mannes sind zu Beginn ihrer Lehrzeit viel jünger.« »Peter war noch auf der Lateinschule,« warf Joost Herdrens ein. »Du willst also das Malerhandwerk erlernen, Peter?« »Ich weiß es nicht.« Joost unterdrückte ein Stöhnen. »Natürlich will er es.« »Genauer. Es war der dringende Wunsch seines Vaters, der das ungeheure Talent seines Sohnes früh erkannt hat und unbedingt wollte, dass es bestmöglich gefördert werde. »Peter, zeig der Dame deine Skizzen.« Die Gattin des Malers hob abwehrend die Hand. »Das ist Sache meines Mannes. Der versteht mehr davon.« Beim Fortgang des Gesprächs stellte sich jedoch rasch heraus, dass sie von einer bestimmten anderen Sache mindestens genauso viel verstand wie ihr Mann. »Wie ich hörte, hattet ihr im Zuge der Korrespondenz mit meinem Mann bereits eine Einigung über das Lehrgeld für euer Mündel erzielt?« Joost nickte. »Hundert Gulden jährlich, bei freier Kost und Logis.« »Eigentlich bieten wir unseren Lehrlingen keine Unterbringung an. Bis zu unserem Einzug hier wurden sie sogar in einer Werkstatt außerhalb des Hauses unterrichtet. Sie wohnen alle bei ihren Familien. Hat mein Mann euch das nicht mitgeteilt?« Joost ging davon aus, dass sie sehr genau wusste, was ihr Gatte ihm alles mitgeteilt hatte. »Doch«, sagte er, »Meister Rembrandt schrieb mir davon, worauf ich zurückschrieb, dass man über ein angemessenes zusätzliches Kostgeld gewiss eine Einigung erzielen könne. Damit war euer Gatte einverstanden. Das ist der letzte Stand der Dinge.« Sie beugte sich vor. »Was wäre denn eure Vorstellung von einem angemessenen zusätzlichen Kostgeld?« Achtzig Gulden per annum. Hundertzwanzig. Gab sie ohne mit der Wimper zu zucken zurück. Joost tat so, als würde es ihn große Überwindung kosten, sich geschlagen zu geben. »Nun gut. Der letzte Wille meines Vätters bedeutet mir alles. Und meine Verpflichtung als Vormund des armen Jungen ist mir heilig, auch wenn ich dafür Opfer bringen muss.« Als ein mit allen Wassern gewaschener Händler verstand er sich darauf, jenen Ton von Entsagung in seine Stimme zu legen, der keinen Zweifel daran ließ, wie bitter dieses Nachgeben für ihn war. Die Frau des Malers mochte geschäftstüchtig sein, aber sie war zu jung, um seine Durchtriebenheit zu durchschauen. Das schlechte Gewissen stand ihr ins Gesicht geschrieben. »Es soll dem Jungen an nichts fehlen. Er darf sich immer satt essen und bekommt zu den Sonntagsmahlzeiten eine ordentliche Portion gutes Fleisch. Und er muss keine Hilfsdienste im Haushalt verrichten, das könnt ihr in den Kontrakt schreiben.« »Eine eigene Kammer können wir ihm jedoch nicht bieten. Er muss auf dem Dachboden nächtigen, wo auch ein Geselle meines Gatten schläft.« »Hastig«, setzte sie hinzu, »der Einzige, der bei uns untergebracht ist.« »Laurenz ist ein Verwandter meines Mannes, deshalb die Ausnahme.« »Gewiss, meh Frau«, Joost verzog keine Miene, »damit ihr meinen guten Willen erkennt, würde ich das Lehrgeld mitsamt dem Kostgeld gern gleich für drei Jahre im Voraus bezahlen.« In ihren Augen stand ein erwartungsvolles Funkeln. »Ihr habt all dieses Geld bereits dabei?« »Ich schätze klare Verhältnisse und sorge gern vor.« Mit treuherzigem Augenaufschlag legte er die Geldkatze auf das Tischchen, das zwischen seinem Stuhl und dem der Hausherrin stand. Zögernd griff sie nach dem schweren Lederbeutel und das sachte Klimpern vieler Goldstücke erfüllte die Stube. Mit diesem Klang war die Sache besiegelt. Joost spürte die Macht des Augenblicks ebenso wie die Gattin des Malers, über die er im Vorfeld der Geschäftsanbahnung genauso gründlich Erkundigungen eingeholt hatte wie über ihren Mann. Bis vor kurzem hatten die jungen Eheleute noch bei dem reichen Kunsthändler Hendrik von Aulenbürg gewohnt, einem älteren Vetter von Saskia. Für die Ausübung des Malerhandwerks und die Ausbildung seiner Lehrlinge hatte Rembrandt anfangs einen Speicher angemietet. Doch inzwischen benutzte er dafür das obere Geschoss des neuen Hauses. Das sparte Geld. Seit dem Umzug in die Niewe-Dolenstraat ran Saskias Erbe den beiden allerdings zuweilen schneller durch die Finger als Rembrandt malen konnte. Das Haus war nur gemietet, aber es war absehbar, dass das Ehepaar sich bald nach einem eigenen Domizil umtun würde, denn sie wollten höher hinaus. Rembrandt war ehrgeizig und nicht frei von Geltungsdrang. Dank seines Talents konnte er über seine Auftragslage nicht klagen, doch er neigte dazu, über seine Verhältnisse zu leben. Nicht auf die Art, die manche Männer seines Alters Arm machte. Er vergeudete sein Geld weder für Huren noch beim Glücksspiel, doch kostspielig war sein Steckenpferd allemal. Er war ein begeisterter Sammler von Kunst und wertvollen Raritäten. Unauffällig ließ Joost seinen Blick über die Einrichtung der Stube schweifen, während die Dame des Hauses mit konzentrierter Miene Gulden abzählte. Durch die Bleiglasfenster fiel ausreichend Tageslicht in den Raum. Auf einem Wandbord war feines Porzellan neben Silbergeschirr und gläsernen Trinkpokalen aufgereiht. Mehrere Gemälde des Meisters zierten die Wände, darunter ein Bildnis, auf dem die Gattin des Malers als Blumengöttin dargestellt war. Eine Wand wurde von einem breiten Pfostenbett eingenommen, die Schlafstätte der Eheleute und zugleich zur schau gestelltes Statussymbol, ebenso wie der mit Schnitzereien verzierte Prunkschrank für die feine Wäsche. In der Mitte des Raums prangte ein kunstvoll gedrechselter Tisch, umgeben von einem halben Dutzend hochlieniger Stühle. Hier würde Peter allerdings nicht seine Mahlzeiten einnehmen, sondern zusammen mit dem Gesinde in der Küche, wie es sich für einen Lehrjungen geziemte. Saskia war mit dem Zählen des Geldes fertig. Ich habe 660 Gulden entnommen. Möchtet ihr noch einmal selbst nachzählen, Mener? Nicht doch, me Frau. Ich vertraue euch und eurem Wort, denn nie traf ich eine ehrbarere und im Geschäftsleben versiertere Dame als euch. Saskia errötete vor Stolz und Freude, denn mit seiner Schmeichelei hatte er anscheinend einen Nerv getroffen. Sie verstaute die abgezweigte Summe sorgfältig in einem Rosenholz Kästchen. Von eurem ansprechenden Äußeren will ich besser gar nicht erst reden, setzte Joost noch eins drauf, denn schließlich seid ihr eine verheiratete Frau, aber lasst mich euch zumindest sagen, dass ihr den Augen eines alten Mannes einen Anblick bietet, der das Herz erwärmt. Bei diesen Worten zog er den Kontrakt aus seiner Tasche und breitete ihn auf dem Tischchen aus. Hier ist der Lehrvertrag. Inhaltlich entspricht er den allgemein anerkannten Regularien der Malergilde. Fehlen nur noch unsere Zusatzvereinbarung. Saskia holte Feder und Tinte, damit Joost den Vertrag um die besprochenen Punkte ergänzen konnte. Nun bedurfte es nur noch der Unterschrift des Meisters, um den Handel perfekt zu machen. Ein glücklicher Zufall wollte es, dass der Hausherr Just in diesem Moment nach Hause kam, wo mit dem Abschluss nichts mehr im Wege stand. Saskia reichte ihrem Gemahl die Tintenfeder, damit er den Lehrvertrag unterzeichnen konnte. Rembrandt tat es mit energischem Federstrich, ohne mehr als einen flüchtigen Blick darauf zu werfen, während Joost dem Maler Honig um den Bart schmierte. Es gab eine wachsende Nachfrage an typisierten Gemälden, Kopf- und Charakterstudien von Menschen, die keiner kannte, die aber aufgrund ihres äußeren gute Sujets abgaben. Sobald alles geregelt war, ging es auch schon ans Abschied nehmen. Draußen vor der Tür nahm Joost den Jungen noch einmal beiseite. Es gibt einige goldene Verhaltensregeln, die du unbedingt verinnerlichen und anwenden musst. Erstens, sprich nur, wenn du gefragt wirst und antworte nur mit Ja oder Nein. Ist dies nicht möglich, beschränke deine Antworten auf höchstens zehn Worte. Zweitens, stell keine Fragen. Zum Abtritt darfst du übrigens ungefragt gehen, flocht Joost vorsorglich ein. Drittens, gib keine Widerworte und gehorche den dir erteilten Anweisungen. Es blieb noch Zeit für die Aufzählung einiger untergeordneter Bestimmungen, etwa kein Geld für Weiber zu verschleudern, nicht zu fluchen und nicht zu raufen und in geschlossenen Räumen nicht auf den Boden zu spucken. Doch diesen Punkten maß Joost im Grunde keine besondere Bedeutung bei, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit Peter. Was solche Belange betraf, würde er sich bestimmt nicht unliebsam hervortun. Ach, das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen, sagte Joost zum Schluss. Ab und zu wirst du etwas Geld brauchen, um dir irgendwelche Kleinigkeiten zu kaufen. Ich habe dir ja heute nach unserer Ankunft mein Kontor gezeigt. Dorthin kannst du gehen und dir von Mostert geben lassen, was immer du brauchst. Er hatte seinen Verwalter instruiert, den Jungen großzügig zu alimentieren, denn Peter sollte keinesfalls während seiner Lehrjahre darben müssen. Jünglinge seines Alters hatten schließlich gewisse Bedürfnisse. In einer für ihn selbst unerwarteten Aufwallung von Zuneigung tätschelte er dem Jungen die Wange und unterdrückte dabei den Anflug eines schlechten Gewissens, weil er seinen Patensohn hier ablieferte wie eine Ladung unbestellter Ware, die man nicht schnell genug loswerden konnte. Ich werde bald nach dir sehen, Peter. Spätestens zu Weihnachten komme ich vorbei und überzeuge mich davon, dass du es gut getroffen hast mit deiner Lehrstelle. Peter verbrachte den ersten Monat seiner Lehrzeit ohne besondere Vorkommnisse. Meistens war er stumm wie ein Fisch und wenn er doch einmal ein paar Worte von sich gab, musste man ihm schon eine Frage gestellt haben, wobei jedoch seine Antworten stets ausgesprochen einsilbig ausfielen. Bald hielten ihn alle im Hause von Rhein für einen Sonderling. Gegen Ende des Monats Oktober 1636, rund vier Wochen nach Peters Ankunft traf nebst einem Federbett für Peter ein Brief seines Vormunds ein, dem offenbar die Absicht zugrunde lag, Peters Verhalten zu erklären. Der Junge sei, so schrieb schrieb Joost Herrtranz zu Weilen ein Eigenbrödler und sollte er vielleicht einmal einen renitenten oder besser wisserischen Eindruck machen, dürfe man ihm das nicht verargen, da er unter ungewöhnlichen Umständen aufgewachsen sei. Über die genaue Art dieser Umstände ließ sich Peters Vormund in dem Brief nicht aus, aber Meister Rembrandt und seine Gattin focht das nicht an. Sie vermochten den Sinn dieser vorweggenommenen Entschuldigung in Herrtranz Schreiben nicht zu erkennen, denn sie hatten keinen Grund, sich über den Jungen zu beklagen. Wenn er ihnen überhaupt auffiel, dann nur durch seine ungewöhnliche Schweigsamkeit und bemerkenswerte Pünktlichkeit. Zu den Mahlzeiten erschien er immer auf die Minute genau mit dem Glockenschlag und seit seiner Ankunft kam es nie mehr vor, dass jemand vergaß, im Haus die großen Sanduhren umzudrehen, die den Tag in Stunden teilten. Meist war er schon eine Minute vorher zur Stelle. Seine Arbeit erledigte er ebenso zuverlässig. In den ersten Tagen hatte Rembrandt ihm nichts weiter zu tun gegeben, als abends die Werkstatt im Obergeschoss des Hauses auszufegen, die Leinwände mit Tüchern abzuhängen und Pinsel All das hatte er nach eingehender Unterweisung durch Rembrandts ältesten Lehrling Cornelis zufriedenstellend erledigt. Doch Rembrandt steckte bis über beide Ohren in Arbeit und so war es ihm entgangen, dass der Schwerpunkt von Peters Tätigkeit sich nach und nach in andere Bereiche des Hauses verlagert hatte. Die ältere Magd, ihr Name war Gertreud, hatte rasch herausgefunden, dass Peter sich auch für gröbere Arbeiten im Haushalt gut eignete und da es in der Werkstatt des Meisters ohnehin tagsüber von Schülern nur so wimmelte, war der Junge ihrer Auffassung nach dort jederzeit entbehrlich. Bald war er ausschließlich damit befasst, Hühner zu rupfen, Fische zu schuppen, Torfballen und Feuerholz in Küche, Waschküche und Stube zu schleppen und die Abfälle in den Fluss zu kippen. Eine Menge Zeit verbrachte er zudem damit, bei der Wäsche zu helfen. Als Joost Hertrens Brief eintraf, machte sich Rembrandt zum ersten Mal seit Wochen bewusst, wie selten er Peter in der Werkstatt zu Gesicht bekam. Am Nachmittag des selben Tages warnte er sich daher an seinen Gesellen Laurenz, der sich mit Peter die Dachkammer über der Werkstatt teilte und seine Frage am besten beantworten konnte. Wo treibt sich eigentlich Peter den ganzen Tag immer herum? Ich sehe ihn kaum noch. Laurenz verzog verächtlich das Gesicht. Er hilft Chertröd in der Küche oder Anneke bei der Wäsche. Warum? Laurenz, dem der unerwünschte Kammergenosse von Anfang an ein Dorn im Auge gewesen war, nutzte gern die Gelegenheit, dem Jungen eins auszuwischen. Weil er lieber Weiberarbeit macht, statt das Malen zu erlernen. Rembrandt hielt mit seiner Skepsis nicht hinterm Berg. Er befahl Laurenz, ihm Peter zu rufen, weil er unter vier Augen mit dem Jungen reden wollte. Peter erschien umgehend in der Werkstatt. Er kam ganz offensichtlich aus der Küche, denn er hatte eine große Schürze umgebunden, die von Flecken übersät war und nach Bratenfett stank. Was hast du denn da um Himmels Willen an? wollte Rembrandt von ihm wissen. Der Junge schien im Kopf kurz etwas zu überschlagen, denn seine Lippen bewegten sich stumm. Doch dann kam seine Antwort flüssig und ohne zu stocken heraus. Hose, Hemd, Weste, Strümpfe, Schuhe, Gürtel, Hals, Tuch, Kappe, Schürze. Willst du dich über mich lustig machen, Bursche? Nein. Warum zählst du dann alles auf, was du anhast? Weil ihr mich danach fragtet? Befremden erfasste Rembrandt und er begriff, dass dem Brief von Peters Vormund eine Bedeutung innewohnte, die ihm bisher entgangen war. Peter, warum bist du so selten hier oben in der Werkstatt? Der Junge dachte kurz nach. Weil ich Gertröd und Anneke bei der Arbeit helfe. Tust du diese Arbeit denn gern? Nur wenn Anneke dabei ist. Hilfst du lieber Anneke bei der Arbeit als mir? Nein. Warum tust du es dann? Wieder schien der Junge im Geiste etwas abzuzählen. Weil Gertröd es befiehlt und weil ich Anweisungen gehorchen muss. Peter warum zögerst du vor manchen Antworten? Weil ich die Wörter zähle. Der Junge war zweifellos gestört. Doch so schnell grab Rembrandt nicht auf. Wer hat dich geheißen deine Wörter zu zählen? Mein Onkel Joost befahl mir das zählen. Warum tat er das? Das weiß ich nicht. Peter ich bin dein Lehrherr. Meine Befehle stehen über denen deines Paten. Du musst meinen Anweisungen folgen. Ich weiß das ist die goldene Regel Nummer drei. Zähl mir die goldenen Regeln auf verlangte Rembrandt. Er hatte das Gefühl durch zähen Schlamm zu warten. Das geht nicht. Warum nicht? Die Antwort hätte mehr als zehn Wörter. Rembrandt frohlockte innerlich. Damit war er endlich zum Kern des Problems vorgestoßen. Als allererstes befehle ich dir sofort mit diesem albernen Zählen aufzuhören. Wenn ich dich etwas frage, erwarte ich schlüssige, ausformulierte und kluge Antworten. Sie dürfen länger sein als zehn Wörter. Und jetzt zählen mir besagte Regeln auf. Peter betete sie allesamt in Windeseile und ohne zu stocken herunter. Die Worte sprudelten nur so aus ihm heraus. Vor Rembrandts innerem Auge tauchte kurz das Bild eines unter Wasserfluten berstenden Deichs auf. Mit grimmiger Anteilnahme versuchte er, den Sinn dieser Regeln zu erfassen, vor allem der goldenen. Welches Ziel hatte Peters Patenonkel mit dieser himmelschreienden Unterdrückung verfolgt? Es war ihm ein Rätsel. Peter, sagte er mit ernster Stimme. Hiermit setze ich alle von deinem Paten aufgestellten Regeln außer Kraft. Für dich gilt ab sofort keine mehr davon. Er besann sich, außer natürlich, dass du meine Anweisungen befolgen musst, denn ich bin ja dein Lehrherr, all und die meiner Frau, aber die anderen haben dir nichts mehr zu sagen. Auch Lorenz und Gertröld nicht? Vor allem Lorenz und Gertröld nicht. Hast du das verstanden? Ja, gut, ach, und ich erwarte ab sofort zu allen Arbeitszeiten deine regelmäßige Anwesenheit hier in der Werkstatt. Ich werde Gertröld und Anneke klarmachen, dass sie dir keine Aufgaben im Haushalt mehr aufhalsen dürfen, denn dafür bist du nicht zuständig. Du willst doch ein guter Maler werden, oder nicht? Mein Vater wollte es. Du denn nicht? Ich weiß nicht, was ich will. Rembrandt dachte über die Antwort nach, denn es waren ehrliche Worte und solche verdienten immer Beachtung. Beachtung.